guten tag deutschland österreich schweiz lichtenstein und luxemburg und herzlich willkommen beim ersten pack opening auf diesem wunderschönen kanal heute am start hinter der kamera lukas the one and only wir öffnen heute ein paket das ich zugeschickt bekommen habe wir schauen einfach rein es werden ein paar klamottenstücke drin sein ich persönlich weiß auch noch nicht was drin ist das rede ich eigentlich so lange machen sie einfach auf geht bitte jeden der sich dieses video anschaut die ganzen kritikpunkte als sachlich und konstruktiv zu sehen egal was für ein thema ich als negativ erwähnt habe ist einfach nur eine sachliche und konstruktive kritik und gilt gleichzeitig als tipp für die jeweiligen start-up marken oder firmen wenn sie das nächste mal pakete an leute raus schicken danke viel spaß im weiteren video als allererstes das ist auf jeden fall die marke ich habe den persönlich auch nicht gesagt dass ich daraus ein video machen werde sondern die haben einfach gesagt so hey wir würden die gerne was zu schicken die ist die rechnung wahrscheinlich auch verdammt was wichtig ist es keine bezahlte werbung wir können jetzt zusammen bewerten ist das gutes zeug oder ist es erst mal hier ein hoffentlich persönlicher brief ist aber ein cooles kuvert schau mal man kann so durchschauen markpool beautiful da steht schon dir customer klingt nicht so persönlich okay persönlich ist was anderes kuss geht raus markpool studios wird mit in die bewertung mit einfließen auf jeden fall die habe ich auch gefragt die habe ich auch gefragt was ich haben möchte so ich habe gesagt hey schickt mir einfach worauf ihr bock habt jetzt muss man hier reinschauen ist wissen mage aus schon fashion pack opening wird so ich teste ein hütti gut okay ich glaube wir müssen noch was essen gehen danach es reicht nicht also als allererstes mal muss ehrlich sein ich bin sehr dankbar dass mir die leute einfach so was zu schicken umsonst das ist wichtig mal spaß beiseite schauen wir uns das coole stück hier an wir haben hier ein hoodie markpool mit strass das sind es für steine also auf jeden fall nicht zu übersehen die marke der hoodie ist einfach all black hat keine schnüre innen und ja danke fürs einschalten egal wie zieht das gute ding mal an aber vielleicht hat der hoodie hier sieht man das gut hier ja ich sehe aus wie so ein fattfäller nahe das macht doch irgendwie ein bisschen dick der pulli oder nicht eigentlich aus wie immer also kritisch was ich jetzt schon mal sagen kann was kritisch ist dieses eigene emblem aus glitzer stein die sind drauf geklebt das heißt wie lange hält es tipp von mir wenn ihr so ein hoodie hat immer umdrehen beim waschen dann diese tasche hier ist ganz leicht ich persönlich würde jetzt diesen hoodie glaube ich so tragen dass ich den so leicht rein krempelt dass er so sitzt ohne rand oder was sagst du kommt auf das outfit an aber sieht ja in dem fall was sagst du zum sitzen du hast hier so ein bisschen wenn ich das immer so mal mit meinem amateur know-how bewerten darf also die schulter hängt ein bisschen drüber was fresh ist aber wenn du jetzt die arme so hängen lässt er könnte halt hier so ein bisschen noch fetter stacken ja das war so ein ärmel hast also ein bisschen noch ein bisschen mehr ein bisschen steifer auch sein weil er hängt mir ein bisschen zu sehr ja das finde ich auch positiv finde ich ich mag das persönlich dass wenn dieser bund hier unten da brauchst du keine aufnahme machen sonst sieht man mein schniedelwurz den hat man vorhin schon gesehen auf jeden fall dass wenn du den so reinkrempelt dass der der bund hier der bleibt so drin das ganze funktioniert genau die kapuze ich muss das einmal kurz im spiel anschauen ja ich habe gut ist es was wir am wenigsten gefällt die kapuze tipp von mir ist da wenn du da so richtig kennst du diesen dicken stoff hast dann sitzt die so ein bisschen so ja genau so ein bisschen cool einfach so ein bisschen fresh ja ich muss halt sagen der oberstein schnitt an den schultern ist ganz leicht so würde ich das auch tragen das hier ist eine geschmackssache ich persönlich würde es tragen aber ein black i can wear anything i want cause i look every time passion es würde ich tragen muss ich ehrlich sagen so ich glaube ich würde es noch ein bisschen kleiner haben wollen so das finde ich aber nicht schlimm also als ich es gesehen habe in der in der schachtel dachte ich mir so okay was ist das jetzt aber weil ich das schon lange nicht mehr gesehen habe und ich weiß jetzt nicht ob das jetzt gerade so wieder trend ist dass man sowas trägt so aber jetzt wo ich so sehe finde ich es eigentlich fresh das ist cool das ist sehr nice aber jetzt sehe ich jetzt gerade das ist sehr cool so ein bisschen kennst du diese skydiver die sie fliegen die fliegen dann so rennen kann es mal versuchen balkon ist hinter mir ja eigentlich also die ärmden sind doch gar nicht so wie ich darf sie nicht von eins die sind eigentlich ganz nice aber es müsste einfach nur ein bisschen steifer und dickerer stoff sein ja das ist einfach der ganze hoodie müsste fester sein ich fällt ja gar nicht so schlecht ja also das ist das ist nur ein bisschen mehr okay da ist ja noch was drin das war es noch nicht probieren wir auch mal hier haben wir eine jacke die sitzt auf jeden fall schon mal gut märchen an den armen und so was krasse kollektion aber dass sich hoodies machen und dann direkt eine regenjacke wie passt das zusammen die am collabo mit luigi bin jetzt mal ganz kurz auf die instagram seite von mark pole studios gegangen um einfach mal kurz den preis des hoodies zu checken leider finde ich jetzt nicht genau diesen hoodie aber wenn man zum beispiel hier schaut ziemlich ähnlicher schnitt ein bisschen größeres logo sagen wir mal der hoodie wird dann 65 bis 70 euro kosten wir gehen jetzt einfach mal davon aus dass der preis der vorgänger kollektion auch für diesen wo die hier so gesagt zutrifft und da reden wir jetzt so von 70 bis 75 euro für den preis würde ich ihn jetzt einfach glaube ich nicht kaufen einfach weil da so ein paar argumente mich noch nicht direkt überzeugt haben wenn du ihn an hast der muss direkt boom machen wir musst du anhaben wollen und tragen wollen und die denken damit will ich draußen sein tragen werde ich ihn auf jeden fall noch mal wirklich ein riesen danke ich feiere ihn irgendwie trotzdem so ist bequem er ist dies das weiß ich jetzt nicht schreibt in die kommentare wenn ihr sowas öfter sehen wollt lasst gerne ein like und ein kommentar da abonniert den chef hinter der cam und dann alle anderen marken wenn ihr mir was zusendet sendet vielleicht zwei drei pieces dann kann ich ein bisschen mehr dazu sagen hab noch nie in meinem leben so eine drehung gemacht aber ist du hast du zwei fette so fette shoelaces kennst du diese fetten fetten und denn da machst du so einen geilen ordentlichen knoten rein dann ist das hier so leicht angespannt dann sitzt diese kapuze durchgehen so ganz kurz ich krieg nie wieder zugeschickt jetzt